Hallo, hallo, hallo. Alle da draußen. Einen wunderschönen Montag. Arbeit. 18 Uhr. Wieder mit mir. Ich bin der Andi, der Studioreiter im AJS Fit in den Sommer. Wenn man draußen ein bisschen schaut, das ist ja sehr, sehr stürmisch gerade. Der Sommer lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wir sind auf und ab mit den Temperaturen in den letzten Wochen auch. Die Woche ist klar wieder sehr, sehr stürmisch. Regen, Sonne, Regen, Sonne. Ein auf und ab. Ein auf und ab auch wie in der Fitnessbranche. Ich kann euch sagen, letzte Woche ein riesen Chaos in München, in Bayern. Wir dürfen aufmachen, wir dürfen nicht aufmachen, wir dürfen aufmachen, wir dürfen nicht aufmachen. Vielleicht hat das ein bisschen verfolgt, aber am Montag, am Mittwoch, in den Radiosendungen überall in ganz München war das das große Thema, dass es uns hin und her gegeben hat, was die Öffnungen betrifft. Ansonsten, wenn ihr auf die Öffnungen wartet, wir warten, ja, wir sind immer noch zuversichtlich. Der liebe Söder hat ja gemeint, dass wir nach den Pfingstfäden aufmachen dürfen. Vielleicht, ja sogar ein bisschen früher. Inzidenzen gehen nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Gott sei Dank, immer mehr macht auf. Die Leute freuen sich. Und wir sind auch ganz, ganz, ganz positiv bestimmt, dass wir bald aufmachen. Und drücken alle weiterhin die Daumen, ja, dass es bald wieder losgeht, dass man sich hier im AJ's Life sieht. Die Steffi ist mit dabei und die Kerstin, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid heute Abend. Für den Sommer, wir werden ein bisschen trainieren zusammen. Wir haben uns warm, ein paar Koordinationsübungen am Anfang. Dann habe ich einen Kraftteil für die Beine. Dann machen wir noch einen Kraftausdauerteil. Da sind auch die Beine mit dabei und der Oberkörper. Und zum Schluss, Sommer, 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 er kommt. Und der Sommerurlaub kommt auch, ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, machen wir noch ein bisschen was für die Bauchmuskulatur. Die Andrea ist auch mit dabei. Herr Andrea, schön, dass du mit dabei bist. Ansonsten, wie ihr schon so an morgen denkt, kurze Vorausschau, kriegt selbst Tuesday um 39 Metameln. 18 Uhr, wir legen los. Wo du bist an deiner Position, fang wieder ganz locker an dich zu bewegen. In deinem Tempo. Was wir heute brauchen in der Matte. Machen wir zum Schluss ein bisschen was zum Trinken. Ein Handtuch. Der Peter ist mit dabei. Frau Peter, gib Gas. Hat aber wieder Kraftübungen auch für die Jungs. Aber natürlich können die Mädels auch mitmachen. Ganz locker laufen. Aber wenn du Platz hast, freut dir auch ein bisschen nach vorne. Wieder zurück. Fangen wir mit den anderen Übungen, die dir am Montag dabei sind. Kennen wir das? Einfach ein lockeres Bewegen. Ein bisschen nach vorne, nach hinten. Zur Seite. Andere Seite. Ne, jetzt können wir es noch am Kreis bewegen. Ne, zwei, rechts rum. Und links rum. Nehmt die Arme ganz locker mit. Nehmt die Arme ganz locker mit. Erst in ein, zwei Minuten ein bisschen reinkommen. Die Herzfrequenz. Die Atmen langsam nach vorne fahren. Und links. Nehmt noch mal rechts rum. Und nochmal links rum. Nochmal vor. Und nochmal zurück. Noch mal rechts. Noch mal rechts. Und dritte. Der Ton ist mit dabei, die Kute und die Karin. Es ist Montag. Mensch, so viel mit am Start. Ich freue mich. Perfekt. Machen wir da gut mit. 30 Minuten ist eine kurze Einheit. Deswegen können wir hier richtig intensiv mitmachen. Die Jungsradius ein bisschen vergrößern. Die Arme schweben ein bisschen mehr mit. Die Beine auch ein bisschen höher legen. Rechts rum. Noch mal links rum. Zeppowert hier. Das ist schneller. Rechts rum. Links rum. Da bin ich wieder. Teppow rausnehmen. Wenn wir bis hier ein klein bisschen die Fußgelände. Genau. Da liegt nach vorne. Die Zehenspitzen. Schwingt die Arme auch wieder nach vorne. Ganz kurz. Arme. Immer mit. Oberkörper. Schulterbereich. Aber mit warm. Zehenspitzen. Jetzt müssen wir auch seitlich halten. Da merkt man schon ein bisschen was. Hoch und tief. Schwingen wir nach hinten und nach vorne. Auf die Fersen. Auf die Zehenspitzen. Schwingen wir zwei Mal laufen. Jetzt müssen wir mal Hände locker gelaufen. Dein Tempo. Dein Tempo. Ich glaube schon ein bisschen. Ein bisschen was geht schon. Aber. Glaub mir. Ja. Für den T-C-Fall. Bei mir immer. So. Nächste Niveau. Wir kommen wieder in den Stand. Die Hände immer an die Hüfte. Jetzt immer einmal nach hinten und wechseln. Wieder bei den Knien. Streckt dann bei nach hinten. Auch ein bisschen Tempo. Hup. 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 Ja. Ab und zu schauen. Ich sehe wieder vermehrt. Ein paar Leute draußen. Und in den Skaten. Ja. Zack. Ich kann auch nach außen schieben. Genau die Bewegung. Und ich kann in den Skaten auch. Ja. Nach hinten schieben. Ein bisschen zur Seite auch. Hier noch drei Stück. Zwei. Letztes Mal. Und wir laufen weiterlaufen. Ah. Keine Pausen. Machen wir nicht. Pausen gibt es nicht. Drei Minuten brauchen wir keine Pause. Vielleicht kannst du uns drücken. Ja. Und mehr brauchen wir. Drei Minuten brauchen wir. Ja. Und rechts rum. Andere Seite. Komm mal wieder auf den Stand. Nächste Runde. Wir nehmen die Arme jetzt intensiver mit. Und zwar nach vorne. Drei. Und gleiche Bewegung. Nehmt die Arme. Vor. Vor. Schieb nach hinten. Baut die Stabilung fest. Baut die Stabilung fest. Dabei zeigt nach oben. Mach dich lang. Tief gehen. Schieb. 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 Ja. Ja. Und locker laufen. Da. Jetzt werden wir schon. Geat und wir sind ein bisschen intensiver. Gehen wollen. Genau so soll es sein. So. Bleib im Bewegung. Bleib im Bewegung. Locker laufen. Eine Runde machen wir laut. Fürs Warm-up. Einmal links rum. Und rechts rum. Und vor. Und rück. So. Wir haben ja den Standard-Teilpositionen. Wo du grad nicht bist. Am Balkon. Im Wohnzimmer in der Küche. Vor. Lieber. Kein Fall rausnehmen. Bleib im Bewegung. Schieb nach hinten. Und diagonal jetzt den Arm nach vorne. Diagonal. Nimm das mit. Auch ein gutes Tempo. Schiebt schön nach hinten. Du merkst es auch, das Unterlücken. Sehr verfreundet dabei. Wenn man eine lange Zeit unterinskältet. 10-15 Minuten, eine halbe Stunde. Ihr merkt es richtig intensiv aus dem Unterlücken. Der ist ganz aktiv bei der Bewegung mit dabei. Bei der Urkörper, wo man ganz leicht nach vorne gebeugt ist. Hier ist also drei Stück. Zwo. Letzte Runde. Jetzt noch mal raus. Ein bisschen ausfütteln. Das haben wir mal gemacht. Und ich bin es. Ich hoffe, jeder draußen auch. Ich bin vielleicht mit einem schnellen Schock. Ich brauche gar nicht. So. Wir gehen über ein Klassiker. Und zwar. Eine sehr, sehr gute Übung für die ganze Beinkonstruktur. Die Hochkonstruktur ist natürlich der Ausfallschritt. Wie kennt ihr alle? Achtung darauf, dass die Hüfte hier gerade bleiben. Dass er schön parallel steht. Zehenspitzen nach vorne zeigen. Oberkörper auch. Jetzt ist Brust raus. Kopf gerade. Und dann schieben wir noch auf den Aufzug. Und kommen wieder hoch. Base. Eine Seite. Jetzt haben wir jetzt 15 Wiederholungen. Drei haben wir schon. Ganz locker. Wir machen noch ein paar mehr Ausfallschütteln. Also das wird doch alle drehen. Sieben. Drei machen wir noch. Zwo. Und der letzte. Gut. Komm nach vorne. Beinwechsel. Gleich auf der anderen Seite. Wieder gute Position. Klick nach vorne. Bauch ist stabil. Tief. Und hoch. Atmung ist ruhig. Gewicht im Gleichgewicht auf beide Füßen. Nächste. Drei noch. Ein letzter. Wunderbar. Ich war gestern laufen. Ich spüre gleich was. Unglaublich. Aber das ist gut so. Das ist schön. Dann merkt man besser was. So. Wir nehmen jetzt alle mit dazu. Gleiche Bewegung. Wir wechseln nur jedes Mal die Seite. Deine Arme kommen diagonal mit. Vor. Wechsel. Vor. Wechsel. Vor. Tief. Schön zurück. Tief. Klick nach vorne gerichtet. Oberkörper auch recht. Achte auf dein Knie vorne. In der Mitte. In der Mitte. Deines Fußes. Das ist gut. Und ganz gut. Aus. Auch wenn man ganz schnell es gleich gerichtet. Und tief ist. Schwinde. Kann mich helfen. Im ganzen Körper. rum, Bauch ist fest. Ich schnaufe meine Oberschenkel. Ich fange langsam an. Da spüre ich was. Oh ja. Gut so, gut so. Dranbleiben. Dein Tempo halten. Ihre Seite noch. Drei. Zwei. Zwei. Letzte Runde. Letzter Rechsel. Jawohl. Ui. Werken wir mit uns. Kommst du auch da draußen. Zwei Stück mehrere Variationen im Ausfallschritt, welche die nächst schwierigere Möglichkeit über. Und zwar, die Wechsel, die wir gerade gemacht haben, können wir jetzt springen. In der Luft den Wechsel. Das ist auch kein Muss. Aber wenn du es schaffst, beknappt hast, so viel Stabilität gleichgerichtet, kannst du es gerne machen. Ansonsten bleib bei dem, was wir davor gemacht haben. Und du kannst auch hier variieren, ja. Jeb, dass du unten bleibst und vielleicht zwei, drei kurze Wiederholungen im unteren Bereich machst. Ansonsten, wer mag, geben wir hier den Sprung. Da musst du es versuchen nur noch ein paar Wechsel rein drücken. Tief. Zwei zum Reinkommen. Letzte Mal und dann springen. Okay? Und noch Wechsel. Hopp. 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 Wir bleiben aber dran. So, ihre Seite noch. Drei. Zwo. Zwo. Kommt, letzte Runde. Tief. Hopp. 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 Perfekt. und Schaikit kommen. Der Saif ist dabei. Der Merto undker Asthasia. Hallo. Schön, dass du mit dabei sein. Ich schnauf. Den arrangementsetzt. Einen Rund mehr Ausgangsschritt machen. Und zwar auch wieder im Wechsel. Jetzt nicht gesprungen. Wichtig ist jetzt auch die Spannung, wenn wir oben sind. Diagonal, komm hoch, Ellenbogen. Zum Genie. Der Hinterarm, bleibt bewusst hinten. Die Diagonale, die wir hier aufhören, im ganzen Rund und natürlich auch im Gleichgewicht. Wechsel, tief, hoch. Wechsel, tief, hoch. Wechsel, tief, hoch. Bleib kurz immer oben. Wechsel. Bauch ganz fest. Ausatmen. Elbogen zum Knie. Bauch ist fest. Gleichgewicht. Habt ihr gemerkt? Auch ich muss da ausbalancieren. Wenn ich kurz oben bleibe. Und ich schnaufe. Bauch anspanne. Oben. Jeder Seite. Drei Stück. Zwei. Beine. Herz. Herz. Zwei. 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 Und die Arme nach oben zusammen. Jeder kennt's. Ab dem Mann. Wieder. Zusammen. Auseinander. Arme nach oben. Ab dem Mann. Ganz einfach. Das ist natürlich jetzt ein Tempo, da können wir mal eine Stunde das ganze machen. Und wir erhöhen natürlich das Tempo. Dein Tempo. So eine Minute. Bleiben morgen, wir werden dran. Und dann kommen die Liegestütze. 15 Stück. 4 mal. Melanie, Alison, wir lassen mit dabei sein. Die Zeit steigt mit ein. Ein, zwei Minuten zu warm machen, dann geht's los. So, wir haben noch 30 Sekunden. Haben wir, also beginnen wir mit breitem Liegestütz. Entweder richtig klassisch oder nimm deine Knie auf den Boden. Kein Problem. Ein paar Sekunden noch. Meine Atmung, meine Herzfrequenz ist oben. Und das ist gut so. So. Tempo rausnehmen. Ausschüttung. Schnell die Masse dazu. Hand auf drauf. Wenn du hast. Achte drauf, Liegestütz. Baut es fest. Ganz sauber, geht tief. Ja. Bis dein Kinn passt dann los und unten ist. Und dann drück dich wieder hoch. Freite Position. Beine als Schultern. Geh nach außen. Bauch ist fest. Tief. Tief. Zwei haben wir schon. Komm mitmachen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Bauch ist fest. Zehn. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Auf. Ja. Haben wir schon. Ruck zuck. Voll schnell. Matte zur Seite. Ausdauereinheit gehen weiter. Knie heben auf. Knie kommen hoch. Auch ein ruhiges Tempo. Bein kommen. Ja. Und dann. Hier ist es ganz. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Wenn ihr arbeitet. Eine Minute wieder. Schrauben vom Augen drauf. Atme, atme, atme. Je höher du das Ganze machst, desto anstrengender du entscheidest. Nimm uns schnaufen. Ich hoffe du auch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Durchhalte. Durchhalte. Eben auch. Ramblein. Kam, kam. Wir haben noch. Heu, heu, heu. Fünfzehn Sekunden. Ungefähr. Knie, zehn. Fünf noch. Hoch, 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 hoch. Und locker. Huy. Weite Zieber, gell? Ihr habt immer ab. Habt ihr es gemerkt? So. Immer wieder. Zack, zack, zack. die Matte dazu, kompetentiv Ausfallschritt, wir machen enge Liegestütze, das heißt Schulterbein, die Hände vor dir positionieren, wir haben jetzt meine Trizeps dabei, wir machen wieder 15 Stück, durchschnappen, durchschnappen, Bauch ist fest, komm hoch, bereit, und tief, 3, 5, 7, 8, 9, 10, noch 5, 4, 3, 2, 1, noch, hui, 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 super cool, so, Hand in unserer Seite, Halbzeit, Halbzeit, drei Gespräche nochmal, wenn andere Beine kommen, laufen, kurz schnappen, 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 und zwar fern an, Augen kassiker, fertig zu corsät, ja, hier, einmal, wir hatten wieder Rüttendemen, oder jetzt kommen wir allein, fertig zu corsät, ja, ein bisschen einfacher, ja, Minuten wieder, gell, komm, komm, Herz und Gesetze, durchhalten, durchhalten, atmen, atmen. Die Übungen, die ich gerade mache, die könnt ihr immer machen, sind ganz einfach. Wenn ihr mal eine Laufeinheit macht, draußen, oder hoffentlich auch mal hier drinnen wieder, wenn es draußen stimmt, regnet, auch im Sommer, eine kleine Einheit in unserem freien Tränzbereich, im Studio, oder auch im Studium A oder B, wenn gerade kein Kurs ist. Und ich sage es euch, hier drinnen macht das Training echt mehr Spaß. Ihr werdet euch sehen, wenn ihr dabei seid, dieses Zusammengewöhnlichkeitsgefühl, diese gegenseitige Motivation, bringt immens. Und wir freuen uns nach dem Verlauf. Alles so, in den letzten 10 Sekunden, glaube ich. Perfekt. Atmen, fünf noch. Bleiben. Hände rausnehmen, lockern. War gut, oder? Hände rausnehmen, tief. So, vorletztes Mal. Liegestütz. So, ich würde sagen, wir bleiben bei dem engen. Das sind nämlich die schwierigen. Schnaufen, dann bleib mit dem engen Liegestütz. Und die letzte Runde machen wir dann noch mit einem Liegestütz. Bleib wieder Schulterbreit, Fingerspitzen gleich in Höhe, Ellenbogen, die breit ist tendenziell hinten. Bauch ist wieder ganz fest, komm wieder hoch, bimbe, ganz stabil, 15 Stück. Drei haben wir schon, dabei bleibt, komm. Cooles Tempo. Zehn haben wir, fünf, vier, drei, zwei, einmal hoch. Mathe wieder zur Seite. So, jetzt haben wir noch zwei. Kraftausdruckungen. Eine für die Beine, einmal breiten Liegestütz. Letzte Beingeschichte von Masane. Nochmal Zucker. Nochmal hier Oberschenkel. Ich denke, einer meiner Lieblingsübungen, ich habe es gesät auch dabei. So voll cool. Wir können hier unterschiedliche ausführen, die die regelmäßig Beine so wissen lässt. Endlich machst du geführt oder gesprungen. Ich mache es dir geführt erstmal. Und zwar ausführen, aber Cross. Bein mit hinten Cross. Ich gehe tief und mache einen ruhigen Wechsel. Sehr einfache Variante. Ich kann natürlich auch ein bisschen flotter das Ganze machen. Oder ich mache es dir gesprungen. Und das hintere Bein. Bleib immer rechts vom Boden. So. Beine Variante. Aber wieder hier und ein mitnehmen. Und atmen. Und tief. Und tief. Tief. Kampala. Tief. Tief. Letzte Beinigung. Spring rüber. Andere Seite. Geh auf die andere Seite. Wie es klappt, wenn du passt. Deine Kondition. Deine Platz. Spür dich rein. Halt durch. Kampala. Kampala. Tief. 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 tragedy. Tief. 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 Fünf. Karte dazu. Letzte Runde. Liegestütz. Ausforschen. Komm tief. Breiter Liegestütz. Aber wieder nach außen. Bauch ist fest. Rund ist stabil. Blick nach unten. Wir gehen soweit tief, dass die Knasenspitze kurz vom Boden ist. Fünfzehn locker. Ich glaube, wir schaffen 20, oder? Ja. Wir haben 20 Stück. Komm. Motive dich noch mal und tief. Tief. Drei. Komm. Gutes Tempo. Zehn halbzeit. Zehn noch. Komm. Neun. Bauch ist noch fest. Fünf. Vier. Drei. Zwo. So. Einmal nochmal. Perfekt. Sehr gut. Genial. Wir haben noch fünf Minuten. Optimal. Vier. Nach drei. Auf alle Fälle. Drei bis vier. Bauch im Mund. Wir brauchen die Matte. Oder dein Tempo, wie du gerade bist. Durchatmen. Dreh in die Lückenlage. Geht tief. Die Beine weg vom Boden. Und jetzt schieben wir diagonal nach oben. Wir brauchen die Finger. Versuchen, die Zehenspitzen zu greifen. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Schön nach oben. Und die Fingerspitzen. Die müssen hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Und wechseln. Und wechseln. Dein Tempo hier. Schüttelbein dann weg vom Boden. Hoch. Und hoch. Und hoch. Und ja, ich weiß. Es ist schwierig. Aber glaube ich, die Ernährung spielt immer eine große Rolle. Wir haben ganz viele Tipps. Auf unserer Ebene-Seite. Wir können euch beraten bei uns. Wenn wir da auch haben, könnt ihr einen Termin ausmachen. Für unsere Coaches. Für die Ernährungsberater. Und da kann man jetzt zwei, drei, vier hoch machen. Gut was erreichen. Vom Sommermoll ab. So. Jede Seite noch frei. Komm, 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 hoch. Schön nach oben. Schön nach oben. Ziehen. Letzte Runde. Sehen nach oben. Schön, ich schwitze. Wunderbar. Es gibt doch nichts anderes. Beispiel hier, um am Sport zu schwitzen. Und dann ganz zufrieden, mal draußen zu gehen. Ihr seid schon zu Hause, falls ihr da noch mit ihr seid. So. Schüttelbeinigung. Alles weg vom Boden. Schau dir vor, da hast du noch ein Ball in der Hand. Beine gehen auf die andere Seite. Aber ich komme drüber. Jetzt Wechsel machen. Und wieder wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Haupt ist fest und stabil. Wenn das nicht gehen sollte, bleib dran. Dann kannst du immer eine Leichte über die Hände machen. Beine über Kreuz. Und geht hier und dann nach oben. Dann ist es entspannter. Ja. Jede Seite. Es kommen noch drei Stück. Schüttelbeinigung. Zwo. Zwo. Letzte Runde. Höhle. Und auch die gemerkt in der Baunuskultur. Ja. Gerade die, die auch den Ausfallschritt, die die hier unter einem anderen gezielt gemacht haben, die spüren wir jetzt gut in der Baunuskultur zu machen. So, schau. Wir machen noch zwei gute Sachen. Wir schaffen jetzt vier Stück. Beine hier aufstellen. Komm wieder hoch. Wichtig ist hier Platz lassen zwischen Kinn und Brust und Bein. Hast immer so eine Faust dazwischen ungefähr. Schau nach oben. Und wenn du hier die Schulterwetter weggehst zum Boden, dann spürst du schon in der Baunuskultur diese kleine Bewegung. Hoch. Ja. Da musst du es spüren schon. Check das. Hoch. Wenn ich hier unten bin, ist okay. Aber es lag nicht so im Prinzip. Also immer das Schulterwetter. Weg mit dem Boden. Mit Schieben wieder. Nach rechts oben. Und links. An deinem Schiebein. Wadenbein im Nacken. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und du magst, kannst du die Hüfte auch so ein bisschen mitnehmen. Das laufe ich jetzt lieber. Hör. Wichtig. Schulterwetter weg vom Boden. Schiebe hoch. Schiebe hoch. Ich hoffe, du hörst das Lichter Schlauch. Wenn es bei dir aus ist, dann machst du es genau richtig. Wieder seit. Nach zwei Stück. Letzter Wechsel. Und zurück. Eine Schaffung. Eine Schaffung. Ganz klassisch. Nicht wenn es geht für die Beine nach oben. Also nicht. Ich gehe schnell da. Keiner rennt. Daumen an die Schläfe. Ja. Gib deinen Kopf hinzu rein. Klassisch ein gerader Körbensch. Komm hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Zehn Stück nochmal. Hoch. Und du merkst, ich halte oben immer kurz. Ja. Da will ich hin. Da müssen wir hin. Ja. Nach dem Bauch. Ein Tipp von mir. Am Abend. Ein gutes Training macht das. Ein Eiweißshake. Bei uns im Studio. Ja. Dann nach Hause. Und nur noch Wasser trinken. Brüllen ins Bett. Und dein Körper wird immer steiner und immer heiserer. Und du tust was für dich. Verhältnis Gesundheit ist ein guter System. Komm gleich einfach mal hoch. Hup. Zwei. Hoch. Hup. Einmal noch mal. Hoch. Und. Brüllen. Laus noch beim Ausschütteln. Steck dich nach hinten. Mach dich lang. Beine auch auflegen. Einmal lang machen. Geil nach hinten. Hier. Tief und ruhig. Atmen. Und langsam nach oben. Tief und ruhig. Atmen. Richtig auf. Ein Bein nach vorne. Achte auf eine gerade Hünd spe. Tief und ruhig, durchatmen. Nimm die Arme hoch, streck dich öfter Beuger, schieben bist du vor, vor, vor. Gerade die, die hier gesitzt, kommt man fest, immer noch. Oder auch sonst kannst du mal über 100,000 Euro unterwegs sein, der verkürzt. Sehr gerne. Mal tief, geh unten, zurück weiter, noch hinten. Mal seitenglänzeln, fühlst dich wieder gerade, schieb wieder vor, Bange hoch, steck dich wieder. Man kann so ein bisschen zur Seite gehen, vorderes Bein, vornes. Geh ruhig, bloß Atmen. Die Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017